Hallo Tess, Willkommen zurück zu Axel Waviewolft mit nem Q-Tipp und dem Fizzus LP. Hallo! Ich bin immer noch Lost. Irgendwo auf dem Berg. Ich hab Dinos verloren. Ich glaub ich hab ein Dino von dir gefunden. Ich hab Knödelwurst gefunden! Wer war denn nun mal Knödelwurst? Das war der Flugdino. LOL! Hahaha wie gut. Guck mal wie viel Essen der jetzt noch hat. Also der Wert. So warte. Der hat noch voll. Der hat nur noch Essen dabei. Echt jetzt? Ja. Ihr habt gesehen der Greif ist wach geworden. Ganz witzig. Ich dachte so komm gehst du schnell runter. Füllst dein Wasser auf. Ach ja Wasser. Kommst wieder hoch. Und dann fängst du an mit aufnehmen. Dann ist der Greif rettig. Ja aber wie man sieht ist der Greif schon eher da. Dementsprechend gehen wir jetzt hier in den Berg rein. So. Geh weg. Knödelwurst. So. Ich komm hoch. Nein! Geh zu unserem Lagerfeuer und mach da ein bisschen Feuer. Oh mein Gott ich hab den Greif getötet. So. Hoffentlich nicht mein. Entschuldigung ich wollte dich doch fangen Mann du Kackvogel. Das schöne ist an dem Greif. Wenn er jetzt mal stehen bleiben würde. Oh oh. Danke. Ich kann ihn ziemlich gut voll laden. Das heißt ich kann jetzt hier oben ein bisschen Metall sammeln. Kann mir ein bisschen was einladen. Wo war denn unser Feuer? Ähm. Kann dem Vogel ein bisschen was rein. Kann relativ viel in den Greif rein machen. Müssen wir mal schauen wie viel Level. Weil er hat keinen Sattel. Da. Und dadurch dass ich ihn nicht fliege verliert er auch keine Ausdauer wenn er selber fliegt. Das ist eigentlich ziemlich nice. Wie geht los? Achso. Ich denke mal es wird noch geändert. Wir sind direkt nebeneinander alter und ich seh euch einfach nicht. Jetzt erst. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Oben links von eurem Lagerfeuer aus. Ach da. Da hüpft er da hinten. Schott die Knödelwurst gefunden. Oh mein Gott ey. Gefährlich. Also ihr habt es gehört wir haben einen verschollenen Dino witzigerweise wieder gefunden. Nicht den den wir eigentlich gesucht haben ist das allerwitzigste daran. Ja. Haha. Egal. Hauptsache wird er gefunden. Wollte grad sagen. Ja vor allem den Fuki. Da ist es da. Level 37. Jetzt mal im Ernst. Level 37? Ja. Hau die shit. Ja. Nimm den auch zum Level mit. Sag mal. Folg mir doch endlich. Geh dich nur rum. Was hat denn der so für Werte? Also gerade Gewicht und so. Warte. 8 Tonnen. Ne keine Ahnung. 210 HP. 432 Stamina. 2312 Food. 168 Weight. Nein. Und 300 Millidamage. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss zum Wasser. Denn ich hab Durst. Ja. Ich hab Durst. Der hat Durst. Durst. Ich komm aber nicht zum Wasser. Ist doch viel zu weit weg. Garawan. Zieht weiter. Der hat Durst. Der hat Durst. 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 Irgendwie hab ich hier grad so ein paar Grafikfehler am Rand vom Bild. Warte mal. Swikes hier sind. Hallo Trikes. Also ich hab jetzt. Also ich hab. Also ich hab. Äh. Okay. 300 Metall kann ich den Greif zuladen. Holy shit. Also 100 Metall wiegen 100. Und 350 hat er. So. Ganz voll pack ich natürlich nicht. Damit er auch ein bisschen noch bewegen kann. Also das heißt. Wir machen die Spitzhack auf jeden Fall kaputt. Und nehmen mit was wir kriegen. Oh. Ganz einfach. Hat meinen schneller gefunden als ich gedacht hab. Der ist noch nicht am aufwachen. Genau. Kultip hat sich in der Pause auch noch eingeschossen. So haben wir hier schon mal den Vorteil. Dass wir. Die. Ey. Wo sind die Narkotiks hin? Was für ein Level hat der? Hä? Hast du die Narkotiks aus dem Greif geklaut? Äh. Nein. Wieso sind die dann weg? Wieso soll ich Narkotiks aus dem Greif nehmen wenn ich nicht mal weiß wo der ist? Ja. Aber der ist weg. Ja. Hast du die im Inventar? Nein. In der Flugdino? Nein. Kann ich dir nicht helfen. Äh. Ich bin im Krater. Ja. Hast du noch welche dabei? Ne ne? Doch. Ja dann. Warte ich komm zum Krater. Du hast 91 Narkotiks weggeschlampt. Ey. Die sind im Greifen drin. Achso. Warte ich drück die ganze Zeit E. Ne. F. Doch. Hä? Die sind aber nicht drin. Ich hab keine Ahnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Geh mal aus dem Weg du fetten Klumpen ey. Warte ich komm mal in den Krater und dann hol ich mir den Rest. Also das gibt's doch nicht. Wie können die denn weg sein? Nein. Ich hab nur 12 Narkotiks ne. Also 91 Narkotiks hast du gekifft oder was? Nein. Wir haben auch noch ein paar ne. Ein bisschen im Krater da hinten. Ich hab denen den Greif getan und. Ja wahrscheinlich gedroppt hast du. Nein. Ins Inventar gezogen. Alter jetzt ist mir trotzdem wieder so kalt da durchdämme ich mich. Was? Oh nein. Oh nein. So Narkotiks. Ähm. Dann bete mal dass das reicht. Zwölf. Ja. Der war so ein Drittel und hat noch genug. Aber wie kann man 91 Narkotiks verschlampen? Kein Plan. Obsidian. Obsidian nehme ich mit. Ich muss grad gucken dass ich überhaupt meinen Greifen wieder finde. Da unten Lichter. Glaube ich. Bezeke ist gleich kaputt. Oder hast du dir einen neuen geschossen und. Bezeke kaputt. Gott. Oder hast du den. Nein das ist der eine. Nein. Oder hat sich Sepp eingeschossen und du hängst an dem von ihm. Nein. Ich weiß grad nicht wohin ne. Gehen wir runter zum Strand. Ich weiß grad gar nicht wie man von hier aus nach Hause kommt. Grüne Säule. Ach da hinten ja auch. Achso hier sind wir. Jo alles klar. Gut. Okay es besteht doch die Möglichkeit dass ich aus Versehen anstatt Remote Use Item auf Drop Item gedrückt hab. Und die einfach den Berg runtergekullert sind. Lalalala. Du bist ein Profi mein Freund. Natürlich bin ich ein Profi. Ja. Ich bin der beste Profi der Welt. Vielleicht finde ich sie noch. Was haben die für ne. Zwei Minuten glaube ich. Ja dann sind sie weg. Toll. 91 Narkotiks. Ich krieg echt nen Föhn ey. NP machen wir sofort wieder. Ich geh auch mit nem Trike fahren. Sepp merkst du das? Merkst du das? Was ist ein Dimorphodon? Das ist dieses kleine Flugvieh da. Keine Ahnung. Ich geh in die Melle ist das. Das ist neu alter. Ach ne der knackt. Nein. 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 Nicht schon wieder. Aber es ist nett merkst du. Kaum kommen andere. Sterben die Viecher. Geht Zeug verloren. Das ist halt dieses Low Level das überträgt sich. Hast du mich grad gedisst? Ja. Bisschen so ja. Ich war mir nicht sicher. Du Arsch. Ich will meine Sachen wieder haben. Ne. Ohne Scheiß. Geh jetzt mit dem Raptor rein und dann stirbt der auch noch. Ja geil. Das heißt so viel wie Sepp du bist gestorben. Ja hast du ja gar nicht gelesen. Ne ich hab die Anzeige nicht gehabt. Achso. Ja der Spino ist in unserer Base. Der ist in unserer Base. Wie in unserer Base? Ja der ist in unserer Base. Macht der da Sachen kaputt oder was? Ja der schwimmt da grad so ein bisschen neben unserem Hai rum. Dann nimmt der immer den Hai und spiel. Ich nehm dir jetzt alles. Ich nehm dir jetzt alles und geh da einfach drauf. Oh mein Gott. Ich sehs komm ey gleich komm ich in die Nähe. Widodos mach Mut alle. Lass den Hai in Ruhe du scheiß Vieh. Ich sehs komm ey. Ich komm in die Nähe der Base und seh nur noch ein rotes Laufband. Alles am Brennen. Angriff. Ja. Es geht los. Es geht los. Ja da ist er tot. Der hackt. Das war ja irgendwie ein bisschen antiklimatisch. Einfach zerhackt das Stück Scheiße. Genau so muss das ey. Wer hat nen gehackt? Ich hab nen gehackt. Wer hat nen gehackt? Hast du die S nehmen jetzt auf? Mein greif ist halb voll. Der Brille hat das so behindert. Na Heidi? Was geht ab? Muss halt bisschen aufpassen wegen dem greif das der nachkommt. Deine Welt ist der Straßenstrich. Was? Du kannst blasen. Boah scheiße alter. Ein ganzer Fanfarenzug. Wo ist denn hin jetzt? Und jetzt ist mir wieder so kalt, dass ich damage kriege. Ich hab grad so keinen Bock da wieder hin zu gehen ne. Ich sterb 100 pro. Ich hab nichts, keine Klamotten, gar nichts. Und ich will auch nicht wieder neu machen. Die nachfolgende Sendung ist FSK 18. Nein, dann sinkt der wieder. Habt ihr jemals Videos ab 18 markiert? Bei euch selber? Nö. Ich flug zwar wie ein Rohrspatz, aber das ist mir zu dumm. Ne, ich mein jetzt gar nicht mal wegen vielleicht verbal oder so, sondern wirklich weil ist das Gameplay her. Nö. Ich weiß zum Beispiel, glaub Peter war das, also Debitor, der hat das Dead Rising. War das Dead Rising, was er mit Manuel gemacht hat? Ja mit mir. Oder mit dir? Ich glaub das hat er zumindest mal bei sich ab 18 glaub ich sogar geflaggt. Okay. Ich mein, ich krieg die Meldung eh nicht, weil mein Account ja bestätigter Account ist. Also Google hat tatsächlich von mir ne Verifizierung bekommen, dass ich ich bin und bla bla bla. Wie kann ich denn neben dem anfeuerstehen trotzdem frieren? Das ist ja irgendwas falsch. Naja, das ist gerade extreme Klimabedingungen. Ich steh im Feuer. Ja. Im Feuer kriegst du aber Schaden. Dann steh ich nicht im Feuer, sondern sehr, sehr kurz davor. Also ich werd meine Folge jetzt auf jeden Fall früher beenden, weil ich kann grad echt gar nichts machen und das ist total Arsch. Weil ich brauch jetzt irgendwie nen Flugdino, um meine anderen Dinos da rauszuholen. Ich hab hier einen zufällig. Äh, Sepp, du kannst, komm mal her, ich bin hier gerade gelandet. Hallo. Äh, ich muss die nur leer machen eben. Äh, alles nach D kannst du nehmen, den Flugdino, Uschi. Okay, dann mach ich die Folge dann nicht aus. Uschi. Ich kümmer mich hier um das Metall und alles. Ich geh ihn jetzt töten, ne? Wen? Ich bin Flugdino. Ach Uschi, ja. Ja, ja. Mach das viel Erfolg. Mach das viel Erfolg. Alles klar. Weiß Bescheid. Coole Idee, ich hab hier gerade. Bin ich eigentlich grad richtig hier, ne? Irgendwie nicht, ne? Und diese Orientierungssinn, ne? Du brauchst einfach nur... Ja, ich weiß. Ich bin schon. Rote Säule im Norden. Ja, ich hab's. Was denn? Du bist halt nur ein bisschen, äh, irritierend, wenn du halt so, äh, zum Horizont guckst und siehst den Berg nicht, weil er so neblig ist. Naja, aber die rote Säule siehst du ja trotzdem. Warte, 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 warte. Naja, dann ist sie nicht da, sondern ein Stück weiter rechts. So. Was ist das hier? Wo ist denn noch der schwarze Strand gewesen hier? Komischer Grafik. Äh, wenn du auf den Berg zu fliegst rechts davon. Ja, so einfach da einmal rum. Kann's jetzt endlich mal Tag werden, ich erfriere sonst wirklich. Ja, geht mir auch schon die ganze Zeit auf den Sack hier mit dem Regen, kalt, heul hier, heul da. 4 auf 8 mal. Ich hab jetzt, ich bin gleich ernsthaft tot. Ja, nimm den Fluchdino und flieg da weg. Wo ist das Problem? Okay. Flieg doch, Kackbratze, geht doch. Ich mein, bevor ich sterbe, mach ich mich vom Acker. Pack den Mist ein und fertig. Ich dachte, das wär überall kalt. Nein, das sind nur bestimmte Regionen. Ah, hier ist nicht mehr kalt, das ist doch schön. Mann, 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 Mann. Wieso heile ich mich jetzt nicht, obwohl ich auf dem Dino sitze? Ey, sind das deine hier unten? Du musst... Ja. Ja. Wenn du rechts am Vulkan vorbeifliegst, kommt der schwarze Strand. Ach so, also hinter dem Berg. Einfach den Flusslauf entfolgen. Wenn du dem Fluss folgst, ist links der Vulkan und links dann auch... Wenn du zur blauen Sonne geflogen bist, bist du komplett falsch geflogen. Ne, ich bin zu dem Berg hin und dann wollte ich rechts um den Berg herum, so wie du gesagt hast. Ja, direkt am Berg unten ist doch der schwarze Strand. Wenn du von uns aus zum Berg fliegst, ist rechts am Fuß des Berges der schwarze Strand. Aber hundertprozentig. Irgendwo hier muss ich verreckt sein, Alter. Ich hab da sogar mal da rübergeguckt und hab gesagt, oh, hier sind wir. Mach mal die... Ja stimmt, das war ziemlich weit oben. Da bist du verreckt? Nein, ich war nicht, ich war am Strand. Ihr müsst für das nächste Mal, wenn ihr sterbt, bevor ihr sofort respawn drückt... Ähm... Euch merken, wo ihr gestorben seid, ja... Richtig, du kriegst ja die Koordinaten angezeigt. Wie gesagt, das bringt mir nix. Du kannst mir 80.000 Koordinaten irgendwo hinschreiben. Das bringt mir nix, sonst ich weiß, wo das ist. Du brauchst ne Minimap. Ohne Minimap kannst du dann voll in Tonne kloppen. Selbst Minimap ist da doch ein bisschen harperig bei mir. Ey... Ach so, warte mal, wenn da das Ding ist... Ich sterbe. Ja, dann muss ich hier lang. Ich sterbe wirklich, oh Gott. I believe I can die... Ja... Und die Freikloria stehen da auch noch rum. So, wo war ich jetzt? Da oben links neben mir. Ich bin jetzt was von unglaublich falsch. Ich bin unglaublich am ganz falschen Strand, Alter. Ja, bin ich auch. Welches Hinte ist denn unsere Basis? Kann man nur so unfähig sein, heftig, was? Wieder, ne? Ja... Ach so, jetzt bin ich direkt überm Wald. Jetzt ist die Aussage von meinem Vogel leer, das ist gut. Ach nö, alles ist scheiße. Ich glaub Gott, ich laufe, ey. Ich merk schon, ihr kriegt das auf jeden Fall auf die Kette, Jungs. Oh, da ist ein Spino, hallo. Jetzt kommen auch noch Kackviecher angeflogen, geht doch nach Hause jetzt. Du brauchst sofort meinen Raptor. So, einfach nur kurz landen, damit der, damit die Uschi hier, ne? Wat? Ah, ich merk schon, ihr kriegt das auf jeden Fall auf die Reihe. Wo ist denn mein, wo ist denn mein Raptor hin? Uh! Was ist dein Raptor? Da dahin muss das sein. Der müsste, glaub ich, hier hinterm Haus stehen. Da, ok. Weil... Jaja, genau. Oder haben wir noch ein Flugsauger gerade zufällig da? Nein. Fuck. Ihr könnt euch jetzt nicht alle... Weißt du, ihr habt bald alle Tiere da drüben wegen einem Titulierten. Ja, wer wollte denn unbedingt irgendwo da hinten Sachen holen? Gibt nichts mehr jetzt. Ich hab meine Dinos gefunden. Der nächste, der stirbt, der läuft. So, Feierabend. Ja, genau. Drück mal F, du scheiß Opfer. Nein, ich will abhauen. Bleibt jetzt mal bei mir hier, was ist denn mit euch? Oh ja, ich renn mal wieder weg, damit der Set mich suchen muss. So. Wow. Ich denk mir sicher auch so, ey, voll das Opfer muss mich immer suchen. Ja. Immer weg. Spasst. Ach, ja. La da di da di da da. So, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt Taro, für vier Minütchen noch. Drei, vier Minuten. Der Spino ist weg. Ja, wir haben gleich genug Zeit zu suchen uns zu ärgern, außerhalb der Aufnahme. Ja, ja. Der Spino ist weg. Das heißt, wir werden jetzt mal hier... Ich zeig euch mal ein bisschen was. So, Karl Heinz hat erstmal hier ein Level up, da der Hai. So, jetzt. Ich wollte gerade fragen, wer ist Karl Heinz? Ne, keine Ahnung, hat der Hai schon nen Namen? Glaub nicht. Ach du scheiße, ist hier viel los. Ich renne einfach mal durch, don't mind me, tschü 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 tsch Was ich euch mal zeigen möchte, ist jetzt erstmal hoffentlich keine 18.000 Haie hier Geh doch mal weg Durchgehenschlägerei am Start hier echt Wir sind so viele Dinos, das ist ja krass Habt irgendwas an der Spawnrate geändert? Oh, da ist ja noch ein Spino! Oh, da ist noch ein Spino! Ne, also solange der Spino da rum eiert, Leute, gehen wir da nicht hin Ne, der Haie ist Level 13, ich bezweifle, dass ich das schaffe Ach, unter Wasser kann der Spino oder nix? Na sagst du Stimmt, ich hab ein Dino gefunden glaube ich, was ist das? Moment Merkel, ich hab Merkel gefunden! Irgend in einem Stein fest Also mir fehlt ein Rex, fällt mir grad mal auf Soll ich Merkel mal befreien? Ich kann den Merkel gar nicht befreien, ich hab keine Sachen dabei Ich stell die mal hier ab Ey, soll ich YOLO machen und den Spino angreifen mit dem Hai? Do it Do it Der ist jetzt aber an der Küste Das hasse ich, ne? Komm, knusper, knusper, knusper Knusper, knusper Wie willst du jetzt auf den drauf gehen? Lass mal rein! Ey, das kannst du voll vergessen, Alter Da, 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 da So, Uschi Ich hab ihn schon angegriffen Problem ist Alter, Fatal Ich muss das Vieh killen, weil sonst haben wir hier nämlich gleich ein Problem Okay Ey, da kommt mein Organis drauf klar Ihr macht doch einfach mal den Baum kaputt, du Kackrapp Da ist sie mit dir Das haben wir gleich in den nächsten Spino in der Base Boah, geht doch, ey Braut dick Base, braut dick Base Das ist die Frage, wie bring ich den jetzt heile zu den anderen rüber Das ist eine gute Frage Vor allem, jetzt weiß ich grad wieder nicht, wo ich herkomme Nein, ey, Mama So, ich mach jetzt YOLO Modus und greif den Spino mit der Hand an YOLO YOLO mit Doppel L YOLO Genau YOLO YOLO Gibt's einfach nicht, ne Das hat nämlich schon wieder verloren Ernsthaft? Mach mal hier durch Gibt's doch nicht Sollen wir dann mal Ende machen, wo wir grad eh alles Ich hab ein paar gefunden Hier ist Dödel und Hier bist du Ich hab dich gefunden, das gibt's doch nicht Hier, mach mal Sachen weg Okay, Leute, dann machen wir hier erstmal Schluss für heute Genau, die Jungs machen jetzt auch zu viel noch die Findibus-Aktion Genau Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Hoffentlich Tschüssi Tschüss Tschüssi Wie out Joel Du Huh